Schon früh hast du gelernt, dass du dich auf andere verlassen kannst. Hast gelernt, wie sich Begeisterung anfühlt. Du hast dir Wissen angeeignet, hast gelernt, deine Fähigkeiten einzusetzen. Und verstanden, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Du hast gelernt, dich zu engagieren und wie gut es sich anfühlt, einen Herzenswunsch zu erfüllen. Ob für dich oder für andere, du hast gelernt, stark zu sein. Doch Stärke heisst nicht, unverletzbar zu sein, sondern nach einem Rückschlag nicht aufzugeben. Stärke heisst auch, in den schwersten Stunden die Hoffnung nicht zu verlieren. Sich Schwäche einzugestehen und an der richtigen Stelle um Unterstützung zu bitten. Stärke heisst, sich zu engagieren, für sich und für alle, denen diese Stärke gerade fehlt. Aufzustehen, zu kämpfen und an sich zu glauben. Stärke heisst, ein Ziel zu haben und dieses auch auf steinigen Wegen nicht aus den Augen zu verlieren. Stärke heisst, füreinander da zu sein. Wer sich für andere stark macht, braucht eine starke Partnerin. Helsana ... engagiert für das Leben. Untertitelung des ZDF, 2020